Hallo, hier ist Wolfgang Ruedl. Im Hintergrund ein Kamin, der vor ca. 30 Jahren gebaut wurde, aber nie gezogen hat. Vor ca. 20 Jahren habe ich eine Feuerkassette montiert, aber es war nicht besser. Bis ich nun vor einiger Zeit ihren Gemini Rauchsauger entdeckt habe, in diesem montiert habe, die letzten Wochen. Und nun kann ich vor meinem Kamin sitzen und ein Kaminfeuer genießen. Ein sehr gutes Produkt, das ich jederzeit hundertprozentig weiterempfehlen kann. Tschüss. Gut, dann geht's. Vielen Dank.